also wir wechseln mal die ansicht wir fangen mit dem ersten video an meine freunde und zwar ein ganz ganz neues format ein ganz neues video was ich sonst so noch nie live geguckt habe mit euch sondern nur privat und zwar haben wir hier vom guten wo haben wir ihn haben wir gleich haben wir gleich hier von xenon das ist auf jeden fall ein richtig fresher dude das ist ein griecher landsmann so wie ich das ein riesen dragon ball fan und der wahrheit ja auch für dokummi gewesen das war ja letzte woche letzte woche oder die tage gestern doch letzte woche war genau auf der dokummi war er gewesen und da hat er halt tommy morgenstein getroffen einige andere sowie daniel schlauch der sprecher von raffi und ich denke mal wir gehen mal rein und dann können wir uns einfach noch von frotzler noch was an von gaming manu und paar videos auf jeden fall heute und ja wir geben die bühne frei für xenon heute mal wirklich klasse ich bin schon mehr gehypt drauf habe ich doch noch gar nicht gesehen also gehen wir rein und let's go so pass auf ich mach mal kurz so ich mach mal kurz ein screenshot das heißt ich werde jetzt mal kurz hier die chat übersicht mal kurz ausblenden so dann einfach mal so ein gesicht machen so das war's so oder warte mal mal bis dort kleiner gut jetzt habe ich schon mal ein paar aufnahmen für den screenshot jetzt machen wir noch mal an und euch allen ganz viel spaß ich bin gespannt was genau meine friends heute auf der dokummi um ein paar arbeitslose tik tok haben hier rein zu ziehen und der war gut sexual straft war unterwegs sein sollen wo ist luisa ich wäre echt so gerne eingefahren letzte woche nach dokummi in düsseldorf das wäre nicht weit weg von mir gewesen aber ich muss halt arbeiten ging halt nicht das wäre schon krass allein schon die ganzen stände auch die ganzen synchron sprecher wie viele fans da schlagen gestanden haben um tommy morgen statt zu treffen das war ja schon krass ich habe schon videos davon gesehen wahnsinn ich habe glaube ich also ich habe ja ich habe ja 2018 tommy morgen schafft der comic-con getroffen in dortmund da habe ich nicht so lange gewartet aber da wenn ich schon höre vier fünf stunden heftig da kommt der echte saiyajino in ihn hoch geil boah geil Ousame hat sich in diese figur verliebt von michael jackson erkennt es nicht so aus mit anime ich habe mich einfach satt ich habe gesagt das ist michael jackson das ist michael jackson mein Bruder ist michael jackson wirklich er hat eigene Serie bekommen er hat eine eigene Serie bekommen er hat eine superkräfte Karate er hat die ganze grundsprecher war auch gerade dran hier schlau hier habe ich in endlich mein kindheitsidol ECHO 1988 07 Dankeschön von den Follower willkommen zu der Saiyajin Crew von mir Happy Morgen Stern hier Hallo Hey ich bin Son Goku Schöne Grüße Ich bin mit Thanos hier Ciao Dankeschön Na klar Mann Dankeschön Nice Das war ein prachtiges Achso bin ich echt die einzige die da ist ich weiß es nicht also einige gucken geradezu aber ja dann ist es halt so mein gott ne die anderen sind manchmal da manchmal nicht morgen ist ja auch montag ne aber ja guck mal ist er noch bisschen früh am abend ne das war die Teststelle gewesen ähm da hat der Morgenstern da hat er glaube ich abgebrochen den äh die Autogrammstunden kann man sagen ne das meet and greet und alles drum und dran und da hat er halt die Leute noch ein bisschen äh ja besänftigt in dem er halt so ein Kamehameha da raus krack hält rausschreit richtig nice also ich muss sagen nicht so gut wie es damals war es ist zwar auch geil klar man hört die Stimme noch von Tommi Morgenstern von Son Goku aber man merkt nach so vielen Jahren wo er ihn gesprochen hat auch das Schrei das hört irgendwann richtig auf ne aber er gibt sich ja die Mühe ich liebe es ja ich liebe seine Stimme die ist auf jeden Fall Bombe ne einfach nur Nostalgie pur und ja mega hey Xenos hier ist Mann wie geil jetzt kommt Ruffy Ruffy schöne Grüße ich freue mich dass du hier bist danke Dian mega das Ding ist wenn er Daniel Schlauch sobald er die Rolle von Ruffy spricht ne seine Augen sind sowas von starr die 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 bewegen sich ja kaum gar nicht mehr dann ist der Dreck in die Rolle vertieft also wirklich wahnsinnig warte da raus ballert wo ist Osame der kann Osame zeig mal deinen Tanzmus hier so ein bisschen Benzin rein spritzen in die Yoroichi in die Yoroichi nur Sexisten hier unterwegs auf der Doku mir wo ist Luisa Charly Betty kann ich kurz mitteilen es sind einige da ich weiß ich sehe wer online ist wer gerade da ist aber die loben so ein bisschen lass sie mal alle mal gechillt mal schreiben oder wenn nicht ist auch nicht schlimm alles easy auf jeden Fall alle herzlich willkommen auf jeden Fall ich erkannt sich halt nicht jeder zu Nummer 1 Fan hoch arbeiten wie ich früher war morgens besser ja gut das ist auf jeden Fall nicht von dir ne ganz klar ganz klar früher war morgens besser ja natürlich klar irgendwann wird man auch älter und irgendwann wird die Stimme auch nicht mehr so wie sie einmal war aber man hört ihn auch wirklich super raus auch die irgendwie in der Rolle ne ich bin mir ziemlich sicher dass dieses Auto irgendeinem Sexualstraftäter gehört und auch minderjährige Mädchen als äh hier was ist das hier der Pedowaggon der Spidey ist geil der Spidey ist geil ach das soll Sanji sein ne jo was geht Animal Mother axel mein freund guten abend willkommen heute mal mitmachen damit ihr ein Video habt so ein bisschen auf Linie von mir angelesen ja und was sagst ihr ja bisschen anders als nicht wie wohl was sind äh mehr hier unterwegs mehr Männer mehr Frauen oder mehr diverse Charaktere ich liebe einfach nur Xenos ne also der Xenon der ist einfach sowas von direkt der nimmt keinen Platz von dem Mund ich mag das einfach ohne Ende der ist einfach sehr offen der sagt was er denkt das ist schon klasse taktik mein freund was geht guten abend willkommen wie geht's dir da gab's nicht so viel divers ich bin viele haben ich bin viele haben links kostüme hab ich nicht oft gesehen ich bin eine haushälterin ja hier hinter dir auch wieder so richtig viele ja wer das heute nicht so lange aushalten sorry alles gut mein freunde alles gut wie du Lust und Laune hast ich werde auf jeden Fall eine Stunde oder so streamen stimmt schon spätestens mit danach und dann ist für mich auch Schicht im Schacht ne wie du wie du Lust und Laune hast wie du kannst gar kein Ding oh jetzt ist er wieder in Action ab starten in jeder Action also ich muss sagen sportlich ist er ne ziehst du um Toni ja ähm ist schon länger in Planung ne ich wohne mit meiner Freundin seit knappen Monat jetzt ist ja morgen Stichtag morgen ziehe ich dann ins Haus ein bei meinen Eltern und ja wie gesagt habe ich ja schon eben erzählt ich werde morgen alles einrichten alles rüberfahren dies und jenes je nachdem wie ich fit bin wie ich drauf bin wie alles eingerichtet ist werde ich dann morgen streamen wenn ich dann erst den nächsten Tagen sonst erst nächsten Sonntag also in einer Woche ich guck mal wie es bei mir passt ne schreibe ich auch im Server auch rein gut 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 oh Alter wenn ich da hoch gehen müsste ne in diesen Seilen und alles ey boah ich würde nach paar Metern würde ich da runter fallen ey erinnerst du dich daran wir wollten damals mal ein kleines Treffen organisieren ja das ist ja schon lange her dass wir es mal machen wollten könnten wir echt mal machen klar warum nicht jederzeit müssen halt gucken wie ich halt kann ne oder wie du halt kannst oder wie wir beide können oder wie wir beide können stark ist er ja 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 wäre doch mal mal mit mit paar aus der community abhängen essen trinken reden ja das wäre nicht schlecht das wäre nicht schlecht also ich habe es auf jeden fall ja schon einige wochen angesagt das werde ich aber so anfangen August so wissen langsam langsam teasern ich werde ja bald ein YouTube Treffen machen ein YouTube Community Treffen weil ich ja nach der Gamescom da bald fahre ist ja Samstag und der Sonntag das ist auf jeden Fall Stichtag auf jeden Fall und dann werde ich auch Zeiten machen und zu schreiben wann man sich treffen könnte wann man mich treffen möchte das kommt alles das wäre eigentlich die ideale Gelegenheit mich zu sehen also einige kommen auf jeden Fall am Start das weiß ich jetzt schon ... mit den Beinen mit denen schwingen schwingen er macht die Disko Kugel er macht die Disko Kugel er macht die Disko Kugel ich wollte gerade sagen er macht die disco Fox nee Disko Kugel oh der blut gerade oh wie hast du geschnitten oder was ijuanaat Und heutzutage gucken wir uns Animations-Pornos an. Vielleicht kann man sich ja was abgucken. Aber auf jeden Fall, die Nachfrage ist ja sehr hoch. Wie man sehen kann, sehr viele Perverslinge hier auf der Messe. Ich glaube, die Hentai-Schlange ist die längste von allen hier. Das sieht es den Leuten gar nicht an. Komm, und jetzt drängeln wir uns vor. Wir stellen uns garantiert nicht an bei den Perverslingen. Heavy. Hab ich es euch nicht schon prophezeit? In meinem Interview habe ich es gesagt, die Anime-Messe sind um einiges dreckiger und versauter als jede Erotik-Messe. Guck mal da. Was? Einfach auf der Bühne vor allen Leuten. Was? Wird sie gefesselt. Krass. Einfach am Hängen. Ist die da am Hängen? Krass. Alter. Wow. Okay. Unwichtiger Nebencharakter. Das ist doch, glaube ich, meistens immer dieser Typ, der bei Detektiv Conan irgendwie den Verbrecher macht. Ne? Den Schurken. Der ist eben auch immer schwarz. Eigentlich wollten wir hier ein paar Figuren kaufen auf der Anime-Messe, aber seit der Cina ein bisschen Promo gemacht hat, werden nur noch Dildos verkauft. Was? Die Nachfrage ist höher denn je. Alle kann nicht wahr sein. Unfassbar. Gönnen sich. Ah, schöne Statue. Also ich freue mich schon, wenn ich auf der Gamescom bald wieder ein paar schöne Schaschatu für meine Dragon Ball Sammlung halt sammle. Oh, ein Hinzufüge. Ach so, Sound und Ton sind optimal. Super, danke dir. Habt du da vergessen, nicht zu fragen, Charlie Blade. Oh, wie? Ja, danke ich dir auf jeden Fall. Super. Cool. Das ist immer unser, ja, unser Code-Wort, ne? Unser Sound-Check, den wir immer machen. Eigentlich fast jeden Stream. Sehr gut. Bin ich im Urlaub oder so? Ich hab gestern schon nach dir gefragt. Ja, gestern waren wir in Barcelona, aber nur spontan. St. Tropez noch vorgestern, Digga. Ja, warte, ich komm gleich. Warte. Ja, warte, kurz noch warten. Wir gehen nicht in den Hentai-Bereich jetzt mal. Gut, selber? Ja, muss. Bist du lange hier, ne? Wann waren wir hier? Kurz nach halb 10, 10 Uhr. Okay. Und, war gut? Das Übliche. Eine Runde. Ich glaub, gleich starten wir so langsam, weil die Jungs haben auch was vor. Ja, ja. Du, selbst bis Ende? Ja, ich bin gerade erst gekommen. Und dann überlegen wir noch um 18 Uhr was. Was ist das für ein Video? Das ist ein Video über den Xenon. Das ist ein, ja, ein riesen Dragon Ball Fan. Und der hat halt auch sehr viele Figuren bei sich zu Hause. Seit Jahren sammelt der halt sowas. Und der war halt auf der Doku Mi letzte Woche, ne? Das wollte ich auf jeden Fall angucken mit euch. Das war eine Art Vlog, was er alles gemacht hat. Auf jeden Fall mein erstes Video, was ich live über ihn reagiere. Und das habe ich schon länger vor gehabt, ihn mal live zu zeigen. Und das ist heute auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall Fakt, dass ich ihn reinziehe mit euch, ne? Oh, Raffi. Geil. Mega cool. Legende, Alter. Von YouTube, Alter. Wow, 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 wow. Ich weiß nicht, so 50-50 momentan, weil ich habe ja auch noch ein Restaurant in Wuppertank. Ja. Und, äh... Das weiß ich. Das hat er mir ja auch damals mal erzählt gehabt. Ich habe vor dem mit ihm vor... Wie lange ist das her? Ist schon etwas länger her. Ich glaube vor zwei, drei Jahren oder so. Mal geschrieben gehabt, auch privat. Aber auch nicht viel. Bissens Smalltalk. Er hat ein Restaurant mit seinen Eltern, ne? Also wir haben noch ein bisschen was gemeinsam. Ich arbeite auch in der Gastronomie, so wie er, ne? Habe das bei Lola und Tanzermut kurz im Stream gesehen. Die waren beide da. Ah, okay. Krass. Okay. Raffi, ja, genau. Morgen sehr viele Reservierungen. Ich muss halt gucken, auch wegen Personal. Da muss ich schnell wieder zu Hause sein. Mega, Raffi. Ja, weil ich war jetzt auch ein paar Tage in Barcelona. Ja, echt? War geil? Ja, war cool auf jeden Fall. War es schon mal in Barcelona? Ne, ne, gar nicht. Richtig viele Anime-Stores. Echt? Ja, da gibt es eine komplette Meile nur mit Anime-Stores. Ich habe auf jeden Fall alles gefilmt, aber auch halt diese fetten Statuen, nicht nur die kleinen Figuren. Und halt so richtig stylisch gemacht, die Läden. Schön mit Flesen, Marmor, dicke Vitrinen und so, nicht so diese deutschen Stores. Du stehst ja in solchen Stores. Ja. Aber die so richtigen, so diese Flagship-Stores, die sind halt nicht so geil in Deutschland. Ja, ja. Weil jetzt so Online-Shops gibt es halt viele in Deutschland, aber die... Ja, du bist ja Pro schon, ne? Ja, in Paris sind geile, so in Europa, in Barcelona sind geile. Du fliegst halt in anderes Land, um Figuren zu holen. Ja, geh halt überall abchecken. Aber ey. Morgen bist du auf jeden Fall hier. Ich bin morgen auch hier, ja, ja. Ich guck spontan, vielleicht komm. Ansonsten Wuppertal ist um die Ecke. Ja, ja. Muss man am Wuppertal kommen. Dann muss ich mal gucken. Die Figuren-Sammlung abchecken. Ja, ja. Komm, wir gucken was drauf. Machen wir. Schau, ne? Mach's gut. Oh ne, geile Kombination, ne? Ruffy, der YouTuber, mit Xenon. Ist schon stark. Aber sagt er, der ist nicht, äh, der ist auch schon gut bekannt. Also von den Zuschauern, die er halt von ihm einmal sehr gerne angucken. Also der ist auch begehrt. Der war ja auch paar Mal im Fernsehen gewesen. Auch in so, ja, Dokumentationen, wo er halt, ähm, ja, seine ganzen Dragon Ball Figuren gezeigt hat. Da bin ich damals ja, äh, auf ihn aufmerksam geworden. Wo ich halt, äh, das im Fernsehen mal gesehen hab bei RTL 2 oder wo war das? Irgendwo in der Art. Und dann, ja, hab ich die gegoogelt, bei YouTube gesucht. Dann hat er auch keinen YouTube-Kanal. Und der ist auch oft auf TikTok mittlerweile ja aktiv. Also richtig fresh. Das war's auf jeden Fall für mich mit der Doku. Hab sehr viele coole Leute getroffen. Viele neue coole Leute kennengelernt. Hab ein bisschen Sport hier gemacht. Äh, ein paar Figuren abgecheckt und so weiter. Aber leider nichts, äh, gefunden, was mich noch irgendwie interessiert für meine Sammlung. Außerdem habe ich sehr viele von meinen TikTok-Hatern, äh, live gesehen. Die mir gedroht haben, dass sie mich auf der Messe hier attackieren möchten. Das habe ich das Video, glaube ich, zum Teil gesehen. Was er vor einer Woche und zwei rausgehauen hat. Dass einige irgendwie total über ihn herfallen wollten oder so. Er hat auch viel Realtalk geredet und so weiter. Das Video kann ich euch mal, mal zeigen später. Oder mal den Link dazu geben. Oder mal, ihr müsst da mal selber mal reingehen am besten. Jo André, was geht? Guten Abend, willkommen. Xenon ist doch... Boah geil! Boah geil, genau. Xenon ist doch richtig geil. Seine Dragon Ball Sammlung mit den riesigen Figuren ist Legende. Und ein Vermögenwert. An sich von Tausende von Euro. Also ich will nicht wissen, was er alles da ausgegeben hat, ey. Heavy. 20, 30 Leuten. Aber dies war nicht der Fall. Ich hatte sogar Blickkontakt mit diesen Leuten. Aber jeder von denen hat weggeguckt oder hat einen großen Boden gemacht. Da sieht man mal wieder, nur im Internet bellen die Hunde und nicht im Real Life. Alles nur Fassade. Alles nur kleine TikTok Gangster. Aber meine abschließenden Worte. Die Messe war cool. War gelungen. Auf jeden Fall etwas größer als die letzten Jahre. Es gab sehr viele Hallen. Und ich habe gehört, irgendwie 56.000 Tickets wurden verkauft. Boah, hast du mal eine Menge. Ich bin jeweils für jeden Tag. Also morgen auch nochmal. Und morgen schaue ich mal spontan, ob ich es schaffe hier hinzukommen. Wahrscheinlich war heute mein Tag. Diese paar Stündchen hier. Ich habe genug gesehen. Ich habe genug Material mitgenommen. Und in diesem Sinne. Viel Spaß meine Freunde. Bis demnächst. Euer Xenos. Also ich hab' den das Bestoff von seinen Highlights. Schöne Cosplay ist auf jeden Fall. Er meinte mal auf TikTok, dass seine Figur von Vegeta oder Trunks, eine von beiden, die dort stehen, die große allein 5000 Euro gekostet hat. Ja, das stimmt und mittlerweile kostet sie weitaus mehr, das ist auch nicht so oft produziert auf der Welt und er hat davon zwei, einmal Son Goku, Vegeta und Trunks, glaube ich, heavy, heavy, heavy. Ja, richtig gut, stark, hat mir echt sehr gefallen, muss ich sagen, top. So, wir posten mal den Link vom Xenos mal rein. So, im Chat, wir lassen ein Läumchen nach oben natürlich. Hier kann ich mal kurz aufklappen hier. Instagram machen wir gleich. Ich hau mal kurz ein Kombi raus, ne. Für den begehrten Algi, ihr wisst Bescheid, ne. Machen wir ja immer. Mein Selbst dazu geben. So, ich schreibe mal erstmal auf Griechisch und dann auf Deutsch, ja, damit ihr Bescheid wisst. Machen wir halt so. Richtig starkes Vlog zu der Doku-Mail. Hast, hast auf jeden Fall tolle Einblicke für uns rausgehauen. Thanks dafür. Mehr Toni, der hat, meine, den Vegeta und den Zuge, den Trunks, ich meine, sogar einen Chen Long, aber der ist nicht so groß. Ja, ja, der hat eine Menge, eine Menge, also wahnsinnig. So, ich habe mir dein Video zusammen, ich schreibe es einfach mal, warum nicht, ne. Ich habe mir dein Video zusammen mit meiner Community, Community auf Twitch zusammen per Live. Ich habe mir dein Video zusammen mit meiner Community auf Twitch, Moment. Doppelt zusammen mit meiner Community auf Twitch, per Live. Schau gerne mal, mal vorbei. So, allerbeste Grüße gehen raus. Dein Saiyajin Kollege Toni Goku. So, ähm, Tipp, 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 Tipp. Mach mal so. Ich bin gleich fertig, Leute. So. Moin, moin, was geht? Genau, André, was geht? Ich markiere dir mal kurz, Moment. Xenos, Timon, so, okay. Wir sind hier ready. Also hier hat er auch Instagram. Ne? Äh, hat er nicht richtig reingepostet. Kann ich aber gleich nochmal posten, eventuell. So, passt auf. Ähm, wir gehen mal in den Kanal mal kurz rein. Moment. So. Also, das ist der Kanal von Xenos, ne? Meinen griechischen Kollegen. Der macht halt wirklich tollen, tollen, tollen Dragon Ball Content. Ne? Er macht Real Talk, Videos, Interviews. Er zeigt seine Statuen. Er macht auch kleine Weltreisen. Er geht auch mal dahin, fliegt mal dahin. Ne? Zeigt die ganzen Perspektiven, die ganzen Locations und so weiter. Äh, Börsen und, äh, Anime Conventions und keine Ahnung. Also, ich kann es nicht so krass beschreiben. Also, das ist sowas, ähm, der kleine Inhalt, den ich auch gerne noch zeigen und präsentieren möchte. Mach doch mal selber einen Einblick. Checkt ihr auf jeden Fall mal ab. Oh, die Polizei kommt gerade vorbei. Moment. So, jetzt. Ne? Ihr habt auch immer den Link dazu. Lasst gerne mal ein Abo für ihn da, wenn ihr halt auf Dragon Ball Content so steht. So wie ich, ne? Das ist eine Menge. Also, nicht nur Dragon Ball, auch anderen Animes zeigt er auch. Andere, andere Figuren, die er kauft. Viel von One Piece, viel von Naruto. Aber hauptsächlich auch Dragon Ball, ne? Das ist auf jeden Fall sein, sein, äh, ja, 9 plus Ultra. Ist genau so wie ich. Ich bin auch richtig ein Dragon Ball Fan. Er ja auch. Und, ähm, ja. Passt auf jeden Fall. Lasst ein Abo da, unterstützen gerne. Und das war's mit Xenos. Jo, das war's von ihm erstmal. Perfekt. Ja. ああ. Ja. Cambodia.